diese Sozialgefüge in der Arbeit eben in das Private sozusagen zu übertragen, wo vielleicht irgendwie Freundschaften draus werden, was ja ein bisschen eine andere Konnotation hat, auch abgesehen davon, dass man mit dem Team ein Bier trinken geht oder so. Also das sei einmal da ausgeklammert. Aber dass ja im Endeffekt, man hat ja seine Freunde außerhalb der Arbeit und im Grunde genommen ist nicht das primäre Ziel, in der Arbeit auch Freundschaften zu entwickeln, sondern in der Arbeit möchte man ja seine Arbeit machen. Also so als eben als philosophisches Gedankenkonstrukt. Also ich bin da jetzt nicht weder auf der einen noch auf der anderen Seite hundertprozentig unterwegs, aber das passt für mich wieder zu den Gedankengängen, nämlich naja im Endeffekt, ja klar, du musst nicht mit allen Freunde werden. Wenn man zusammenarbeiten kann, dann kann man zusammenarbeiten. Und die Sache hat sich dann eigentlich erledigt in dem Einstellungsprozess.